Hallo zusammen, Thomas hier. Dass es der Kamerabranche und den Herstellern von Objektiven und Kameras wirtschaftlich nicht so besonders gut geht, das ist kein Geheimnis mehr, das wissen wir schon seit einer ganzen Reihe von Jahren. Und ein Grund, warum zumindest ein Teil der Kamerabranche eingebrochen ist, sind sicherlich diese kleinen, schönen, flachen, formschönen Geräte, mit denen wir telefonieren können, mit denen wir im Internet surfen können, mit denen wir viele andere interessante Sachen machen können und mit denen wir tatsächlich auch fotografieren können. Und das sogar inzwischen sehr gut und auch immer besser. Und die Smartphones haben unter anderem dafür gesorgt, dass der Markt für Kompaktkameras vollkommen eingebrochen ist, man könnte sagen, fast zum Erliegen gekommen ist. Und ich habe vor einiger Zeit mal ein Video gemacht, speziell zu der Entwicklung von Nikon und Canon. Und ich verlinke euch das Video mal hier in der Infocard. Allerdings sind Nikon und Canon erwartungsgemäß nicht die einzigen, die mit wirtschaftlichen Problemen, wenn es um ihre Kameraspartie, in ihr Kamerasegment geht, zu kämpfen haben. Auch Olympus hat seit einer ganzen Reihe von Jahren massive wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wie die aussehen und welche Folge das möglicherweise haben kann, das gucken wir uns gleich nach dem Hinweis an, dass dieses Video wird gesponsert von meetdeinobjektiv.de. Und bei meetdeinobjektiv.de könnt ihr professionelle Kameras, Objektive und das entsprechende Zubehör ganz einfach online mieten. Und mit meinem Rabattcode RAWAKADEMY steht hier unten in der Videobeschreibung und auch blende ich euch direkt hier unten bei mir im Video ein. Mit dem Rabattcode Video, ne nix, Video RAWAKADEMY spart ihr dann auch nochmal bei eurer nächsten Miete 10%. Ja, gucken wir uns wirklich in aller Kürze mal nur zwei Grafiken an, aus den jeweiligen Geschäftsberichten von Olympus. Und das eine aus dem laufenden fiskalischen Jahr, das sind die Zahlen, die die gerade letzte Woche, glaube ich, veröffentlicht haben. Und da sehen wir wirklich nur die, nicht die Tabellen, nur links die Grafik, die ich heute jetzt gerade auch eingeblendet habe, hier zumindest diese ganze Seite. Da sehen wir auf der linken Seite einen Vergleich der Zeiträume April, September 2018 und April, September 2019. Und wir sehen zum einen, dass der Umsatz, also diese blauen Balken, Revenue, dass der Umsatz deutlich zurückgegangen ist und dass der operative Profit, Operating Profit, also diese gelblich-bräunlichen Balken, dass die sogar im Negativen sind. Das heißt, ganz einfach gesprochen, Olympus legt bei seinem Kamerasegment, bei seiner Kamerasparte schlicht und ergreifend drauf. Die müssen also Geld aus anderen Geschäftsbereichen nehmen, um das quer zu finanzieren, mit zu finanzieren, durchzuschleppen. Man könnte natürlich jetzt den Eindruck kommen, dass durch den Jahresvergleich, dass möglicherweise die Talsohle, was die Kamerasparte bei Olympus angeht, überschritten ist. Wenn wir uns allerdings jetzt mal die Gesamtzahlen für das letzte fiskalische Jahr angucken, für das letzte fiskalische Jahr 2019 bei Olympus, das ist also jetzt dann das zweite Paper, die zweite Seite aus der Präsentation des Unternehmens, dann sehen wir, auch hier wieder nur die Grafik auf der linken Seite, dann sehen wir, dass der Umsatz, also nach wie vor Revenue, deutlich runtergegangen ist, von einem zum nächsten Jahr. Und das ist das ganz große Problem, dass der operative Profit von 2018 auf 2019 letztendlich auf minus 18,3 Prozent zurückgegangen ist. Und das bereitet natürlich jedem Unternehmen, was mit solchen problematischen wirtschaftlichen Zahlen zu tun hat, erhebliche Schwierigkeiten. Man muss natürlich dazu sagen, dass Olympus nicht ausschließlich von seiner Kamerasparte lebt, beziehungsweise das Unternehmen damit Geld verdient, ganz im Gegenteil. Die Kamerasparte, Kamerasobjektive machen gerade mal 6 Prozent des gesamten Umsatzes des Unternehmens aus. Den Großteil verdient Olympus mit medizinischen Geräten und da verdient Olympus sehr gut, wie im Übrigen auch andere Unternehmen, beispielsweise auch Nikon, die mit ihren medizinischen Sparten sehr, sehr gut wirtschaftlich aufgestellt sind und bei Olympus ist es so, dass Olympus alleine mit seinen endoskopischen Geräten 70 Prozent des weltweiten Marktes dieses Marktsegmentes abdeckt, also marktbeherrschend ist. Und ihr kennt endoskopische Geräte, das sind also diese langen kleinen Schläuche mit einer Kamera und Licht hinten am Ende, die man in Körperöffnungen einführen kann, um dann ohne den Bauch oder was auch immer was anderes aufmachen zu müssen, um da rein zu gucken, dass man also sehr leicht, Untersuchungen machen, medizinische Untersuchungen machen kann von Körperpartien, wo man sonst vielleicht auf die Schnelle gar nicht hinkäme, sogar auch mikroinvasive Operationen vornehmen kann, ohne jetzt gleich dann das ganz große Besteck daraus zu holen. Also das ist eine hochprofitable Sparte, die sich wohl auch sehr, sehr positiv entwickelt. Ganz im Gegensatz eben, und wir haben es gerade an den Geschäftszahlen hier gesehen, ganz im Gegensatz zu den Entwicklungen der Kamerasparte. Und passend zu der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen von Olympus, passte dann auch, oder wurde vielleicht lanciert, eine Meldung, eine Aussage von ehemaligen Ingenieuren von Olympus, die gesagt haben, dass die Kamerasparte von Olympus das nächste Jahr nicht überstehen wird und man davon ausgehen darf, dass die Kamerasparte von Olympus verkauft werden wird. Ist natürlich immer so eine Geschichte, das ist nicht mehr als Gerüchteküche. Keiner weiß genau, wo die ihre Zahlen herhaben, Belege dafür gab es auch nicht und man muss da auch ganz, ganz vorsichtig sein, denn nicht selten machen ehemalige Mitarbeiter eines Unternehmens aus Frust, aus Ärger, machen so die ganz große Kiste auf und wollen sich letztendlich rechnen oder meinen noch irgendwelche Abrechnungen dann öffentlich noch mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber abwickeln zu können. Also insofern konnte man oder sollte man, hätte man dieser Information letztes Jahr auch, letzte Woche, letztes Jahr nicht, letzte Woche auch nicht allzu viel Glauben schenken müssen. Zumal, klar, was hätten sie anderes machen sollen, der Firmenchef, und jetzt muss ich vorsichtig sein für alle unter euch, die japanisch sprechen oder das japanisch mächtig sind, ich spreche das jetzt sicherlich nicht richtig aus, aber ich kann es halt nicht besser, ich kann kein Japanisch, dann hat also letzte Woche der Firmenchef Yasuo Takuchi von Olympus Olympus hat sofort ein Dementi rausgeben lassen, dass man überhaupt nicht vorhabe, die Kamerasparte von Olympus zu verkaufen. Und das Interessante ist, dass jetzt im Rahmen eines Interviews des Medien- oder des Nachrichtendienstes Bloomberg mit dem Firmenchef, dem CEO von Olympus, jetzt das Dementi zum Dementi rausgekommen ist. Und da gibt es eine, ich blende euch das auch mal ein, gibt es eine entsprechende Mitteilung von Bloomberg vom 19. November. Und das Interessante befindet sich dann im vierten Absatz, dass also Takuchi seine Äußerung, dass man überhaupt nicht vorhabe, die Kamerasparte zu verkaufen, jetzt komplett zurückgenommen hat. Und er sagt, das sei jetzt gar nicht mal mehr so sicher, dass man es nicht doch täte. Und weist auch darauf hin, mit welchem geringen Anteil letztendlich dann die Kamerasparte an dem Gesamtunternehmen hat. Und dass wahrscheinlich das Ganze auch überhaupt nicht mehr in den Gesamtplan passt. Denn im nächsten Absatz steht dann auch die Information, welche ambitionierten Ziele man bei Olympus habe. Und dass man bis 2023 vorhabe, die operative Marge von aktuell 11 auf 20 Prozent erhöhen zu wollen. Und das ist natürlich wirklich eine Ansage. Und da muss natürlich in so einem Unternehmen einiges möglicherweise geändert werden, passieren, damit man da hinkommt. Und ein weiterer Grund, der damit zu tun hat, ist sicherlich, dass sich vor einiger Zeit der US-amerikanische Hedgefonds Value Act Capital Management in das Unternehmen eingekauft hat. Zwar haben die in Anführungsstrichen nur 5 Prozent am Gesamtunternehmen, aber sie haben es wohl geschafft, zwei ihrer Mitarbeiter im Aufsichtsrat zu platzieren. Und wir können mal davon ausgehen, dass die da ordentlich Druck machen. Denn so ein Hedgefonds, so ein Investmentfonds, was hat der für eine Aufgabe? Der ist seinen Aktionären und seinen Investoren verpflichtet. Und die wollen möglichst schnell, möglichst viel Geld sehen. Das heißt in Form von Gewinnen, in Form von Gewinnausschüttungen. Und dementsprechend ist es natürlich im Interesse des Hedgefonds, dass man das Unternehmen Olympus noch, wenn man es im Gesamten sieht, noch profitabler macht, als es ist. Und das heißt schlicht und ergreifend, dass man die nicht profitablen, dass man die weniger profitablen Bereiche ausgliedert, wie sich das so schön nennt. Das heißt, wir müssen möglicherweise davon ausgehen, dass im Zuge dieser Entwicklungen tatsächlich dann die Kamerasparte von Olympus verkauft wird. Und wenn das so sein wird, und die Wahrscheinlichkeit ist wirklich nicht mehr so gering, denn wenn ein Unternehmenschef eine Woche nach seinem Dementi das Dementi wieder komplett zurücknimmt, dann würde ich davon ausgehen, ist da einiges dran. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Olympus als Marke vielleicht, als Fotomarke vom Markt komplett verschwindet, ist damit tatsächlich nicht mehr ausgeschlossen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und abonniert ROR TV. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Sender. Bis zum nächsten Mal.